Hallo meine Tubis und willkommen zu Dead by Daylight. Normalerweise mache ich ja nur diese Beauty-Tutorials. Aber ich dachte mir, die Let's Plays laufen gerade so gut auf YouTube, dann muss ich aufspringen, um mehr Geld zu verdienen. Willst du nicht vielleicht lieber einen Song machen? Nein! Ich bin der Heinz! Nee, der Günther! Wurde gerade im Chat gefragt von meinen Fans. Ja, willkommen! Nein! Oh. Mein. Gott. Nein! Wir sind nach Verkehler-Suchung, wir haben einen gefunden! Nee, woran sagst du, kommst du mal an, äh... Robila, Robila! L-L-Bilder. Pfff... Uelof. Uelof. Rödi. Ne? Oh, Rüde. Ich hab Rüde in den Chat geschrieben. Kann doch nicht Rüdi schreiben. Rüdi! Rüde! Ja. Er wurde dich umgedreht. Er war überlebenden. Ja, eigentlich nicht. Ja, jetzt rachst du deinen Engel, ne? Was? Ich beginne die Runde mit jemandem zusammen. Oh, Josh! No, ich beginne die Runde mit jemandem zusammen. Und zwar mit mir. Mit deinem. Oh... Mm ... Obja, 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 obja... Obja, 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 obja... Und Ed. Das brauchst du auch noch so ein Soundboard. Ich hab' schon gesucht. Es gibt aber nur so beschissene Qualitäten davon. Obja, obja, obja... Obja, 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 obja. Obja, 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 obja. Aber die Ashley hat ja gesagt, ne? Dass die... Die Tina ja eine voll die schlimme Schlampe ist, ne? Oh mein Gott! Eine voll die schlimme Schlampe! Und dann hat die Chantal gesagt, dass die Ashley gesagt hat, dass die Jacqueline gesagt hat, dass die das von der Tiffany gehört hat und das stimmt aber gar nicht, weil... Aber die Tiffany ist ja nicht ganz dreckig, gell? Ja. Die hat ja auch damals mit dem Wachstumsch gemacht, aber das war ja auch nicht so richtig ernsthaft gewesen. Oder was auch ein Irmos-Computer sagt, naja. Oder hast du das von der Brigitte gehört? Oder... Die ist ja aufgegangen wie eine Hefetank. Seitdem der Frank sie verlassen hat. Jetzt fragen wir uns natürlich im Frauen-Circle und ja, ich weiß, liebe Freunde, das ist von Ronk und Tobi aus dem Starbound-Platz-Play geklaut, das ist mir aber egal, das ist gut. Egal. Jetzt fragen wir uns natürlich in der im Buch-Club, ob die Aufmerksamkeit der Frank sie verlassen hat. Ja, ich weiß. Oder der Frank sie verlassen hat, weil die ist auch mal aufgegangen. Oh, es gibt eine neue Map, das wusste ich gern. Was ist denn? Eine neue Map? Die Challenges. Ja, genau, weil wir eigentlich schon das geschafft haben. Hallo, 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 Highlights. Und das ist quasi bei McMillen ein Lagerhaus jetzt. Genau. Ab ins Lagerhaus. Oh, ich höre mir gut zum ersten Mal. Na, mal den Klauen, ich habe Kinder, ja. Herzlich willkommen bei Amazon. Paidey. Ach nee, wir sind hier irgendwie auf der Ersfeld. Es ist der Kettensäge Heinz. Heinz ist wieder da, hallo Heinz. Hallo Heinz. dann nicht gesehen hat bei der wuschelte reichst mir wieder deine lange ketten säge er war falsch wird wird soll auch falsch klingen hallo haupt hallo jan ein Asi juckt musste waschen ich bekomme das offensichtlichste versteck ist immer noch das beste ja ich hab ich gerade direkt in dem generator versteckt ihn ja ausgetreten ok der ist nicht so dumm wie der andere heim ich bin gerade neben ihm versteckt während er aus dem fenster rausgegangen ist jetzt ruf der pixel genau auf dem diese anscheinend ist gefixt mit dem im Fenster vorgesehen kann er überliegende dreck sind Lohr und ich denke mal ich denke mal er meint ich habe hier na das war und dennoch auf der Tüte 3 dann unternehmen reise kommt von mili und mit dem Punkt was von mir im Grunde hat mich angeguckt läuft und flüttelten Schauer immer noch wie kann er nur jetzt will er nicht nur durchstehen den Kronen und Schafften und noch viel mehr die sind in der Welt der Schmarrer der Prozesse Schilder weißt du dir ich muss Lager aus was der Killer beim Lager aus mit dem Lager aus weg die Gäste wieder hin die Generator der schon gemacht worden ist gerade fast verkackt die haben mich einfach in Ruhe gelassen hat die TF rum keine Ahnung ganz ruhig dass er guckt mich er guckt mich jetzt an er ist er im Fenster Möhr sehen er kann ja er kürt der Zug kürt ich kann nicht laufen ach der Nebel standbild standbild du Arschloch ich hab schon wieder standbild was ist denn los tschüss ja wo bin ich ja wo bin ich ja wo bin ich ja wo ist er denn jetzt geht das mit dem Generator oh na ich sehe dich sitzen schaffst ich bin und sehe dich jetzt ist nicht mehr ok ich bin halt nicht mehr ich bin halt nicht mehr im Haus drin ja hab ich mir schon gedacht ich hätte ich dann fast also ist gut der Generator ist sicher deswegen wenn du siehst dann auch ähm cool der Killer kommen das ist bei mir und läuft bei mir vorbei oh tschatz 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 hm mal oder Nein 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 Das ist grad in nem kleinen Palettenhaus im Generator Man soll doch was fällt in nem Palettenhaus Bisschen Haltung wär irgendwie cool Aber nur ein bisschen Bisschen Zwei noch Ich hab auch niemanden mit Bindung gerade Niemand da Da ist jemand, leise, leise, leise Oh Der Kinderrat in der Nähe war bei mir Das habe ich gerade angeschaut Das habe ich gerade angeschaut Das habe ich gerade angeschaut Oh, der hier ist der Kinderkiller bei mir Komm zu dir, Jan, ich hab's gesehen Frau Maria da gesehen In der Nähe rein vorbei Was mit dem Generator Da guck den Schrank Na ja, weil hier den Generator gezeigt wird Ja Na ja Ach, der ist ein schöner Generator Ich hab einen gefunden, aber nur wie am Anfang Generator voraus Nee Nee, der funkt Glück gerade noch Der Killer camp meistens dort im Lagerhaus Nee, der läuft immer durchs Fenster durch Und so Oh Gott Falsche Richtung, Jan Falsche Richtung, Jan Ob das war Atomia, oder? Nee, aber ich bin mit ihm gegen... Und ja, ich dagegengegengekommen Ich war vor dem Oh, das ist ein Generator Ja, der hat eigentlich angefangen Achso Dann kam der Killer Achso, okay Ja, der ist ja, der ist ja, der ist ja alles gut Wegen dem fucking Stand Bild Achso 4.1 Achso Ja, der ist 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 ja Wenn der wieder hier zum Haus kommt Ja, der kommt wieder hierher Ja, der kommt wieder hierher Ja, ja, ich seh's Oh Gott, der Granator ist zum Zweifel fertig, eh Oh Gott 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 Also leicht unten Im Keller ist noch ein brauner Weg Im Medikir Ich hab auch noch eins, das ist halt auch gekauft zuerst Das ist noch, ey Fertig Ah, sehr schön, danke, vielleicht mit dem direktem Ausgang Nein Fuck, auf, ich hab ihn gelähmt Falsche, falsche Seite gelebt, aber ich hab ihn geliebt Da kommt der Keller aufgrund Die Ds ist super schlimm Geht zum anderen Ja, alle Hallo Ja, und perfekt Mach, mach mal den Ausgang Ich denke, du bist so ein bisschen, ob man sie, other side Ja, komm, der ist ja sowieso Der Ausgang wird auch nie Was ist denn los? Ja, ja Boah Ach gut Ja, die fallen Schmeiße mich hin, der Arsch Oh Boah, ich bringe Boah Hab ich eigentlich so in meiner Hemdkaste drin Drei Google Schreiber und ein Blut Ja, komm, komm, komm Komm Nein, anderen, boah, ich seh, der läuft andersrum Schatz Ja, ich seh grad da Und mein Ausgang ist im Fall offen Ja, ja, ich komme Komm, 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 komm Nein, fuck Das war der andere Ausgang übrigens Warte, ich hab mit ne Schlampe Bodyblock Body, body, bodyblock blocken Hallo Hallo, ich lauf dir eben ab Hallo, ich lauf dir eben ab Hallo, ich lauf dir eben ab Oh Warte schön Okay, komm auf Gib dir Rückendeckung Oh, ich lauf dir eben ab Da, da ist nicht verbind Ich geh zum anderen Ausgang komplett Ja, dann lauf nicht mehr Der eigentliche bin ich nicht Hat er dich doch geschlagen Ich hab' noch Schutz bekommen Aber ich hab' noch Schutz bekommen Ich bin angehörte deswegen Ich hab' noch Schutz bekommen Nein, was denn? Eilnerft Das ist was Mausgarten Der kommt direkt aus Ich läuft in die andere Richtung Ich bin noch von da gekommen War falsch, ich kann mir auch von da sein Der sagt, wo du ausgängst So, der, was? Dauernd eh zu bad Ja Eiserner Griff Und Kettensäge Und Pflanzenöl Oh, der hat der Pflanzen Der Feine Heer Der Feine Heer Guck mich an Naja, der ist beim Ausgang jetzt noch Jetzt auch grad zu switchen Noch nen Entenmarsch Nö, toll Guter Entenmarsch Oh Eine Ente rennt einfach weg Oh ne, noch nen Tod Oh ne, ich geh raus, Alter Ich hab' jetzt die Karte geschafft Jansson noch mal vom Hackgelern zu retten Er wird Soweit gehen Er wird aufwärts Wenn 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 ich Heute haben wir ja Da kennt sich die Karte, die wir schönen Den Schlips Das ist Wenn das haben wir noch rausgenommen Los, find's, find die Luke Das ist 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 die Luke Das hat Taschenlampe immer noch Meine Güte Taschenlampe immer noch Oh, der hat 7000 Punkte 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 Alle trotz, Tuff, Tuff Ja 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 Wieder Rang 19 Jawohl Es ist Hauptsache Benno und Leichtchen untereinander, aber Jan ganz oben immer in meine Pontos lustig. Was? Das ist voll mal gemein. Saboteur Nummer 2. Yes. Hey. Hey. Toodlettood. Boah, Alter, ich brauch für zwei nicht mal andere Klamotten. Du musst ihn umziehen. Ja. Ja. Gibt's ne Fitway, so. Ja, das hab ich ja nicht. Weil das Löffel der T-Shirt. Das Löffel der T-Shirt müsste er eigentlich haben. Ne, ne, für Dwight hab ihn nicht. Ey, eigentlich müsstest du dran. Feuerhaaren, Bullshifter-Shirt. Erster Job. Dieses, äh, äh, der Freund hier Freitag-Shirt. Bullshifter ist ja eigentlich das, äh, das Alice-Shirt. Ja, was ist das da? Das was? Das Bullshifter-Shirt ist ja von Left 4 Dead von Alice. Ja, wir reden von dem hier. Ja. Ja, ne, das hab ich nicht. Das rote hab ich nicht. Das rote hab ich auch nicht. Wieso hab ich das? Keine Ahnung, ich hab jedenfalls beide. Was ist das denn? Hm. Ja, klar, bei dem hier ist voll cool. Warte mal, hab ich den? Ja, so renne ich rum. Ne, hab ich auch wieder das rote. Oh, ah. Und die schwarze. Ey, diese Hose. Alter, mach die weg. Ja, live. Wäre auch. Übrigens, mein Glatz, mein Glatz ist weg. Fällt mir grad auf. Die wurde wie gesagt neu eingefügt deswegen. Will die auch wieder haben. Hast du den nicht mehr? Ne, ich auch nicht. Ja, warum habt ihr den nicht mehr? Will die wieder haben. Platz ist weg. Ne, ich hab die glaube ich noch, oder? Nein. Hört mir jetzt auch. Ja, ich hab die. Hast du diese, diese sechs neuen Gegenstände vorher schon eingelöst, oder? Ne, das ist ja eigentlich automatisch. Wobei, kann vielleicht sein, dass sie jetzt erst dadurch, dass wir sie jetzt beim Start bekommen haben, vielleicht erst beim nächsten Spiel starten. Ja, kann auch sein. Das könnte vielleicht sein, noch. War bei mir ja auch dann ganz, wenn ich neugestatt auch wieder da irgendwann. Nachdem das Update rauskam. Schätze mal, das wird es daran wichtig. Das kann sein, dass wir dadurch, dass wir es jetzt sozusagen jetzt erst bekommen haben, dass es halt erst beim nächsten Start dann da ist. Na gut, ok. Ja. Ey, willst du ernsthaft nicht diese Hose anmachen jetzt? One million tubes. Genau das hab ich vor. Alter. Alles klar. Ich glaub nicht zu Ben. Ich auch nicht. Was? Zur Claudette auch nicht? Oh god. Ganz unerfällig. Ey, Challenge time, alle heilige Klamotten anziehen. Ja, ihr könnt ja zusammen und Marie und ich geh zusammen. Ich geh mit den Holländer auf rein. Was auch nice, wir schaffen das jetzt in Jan und Marie sterben. Warte. Ey, das wär echt jetzt. Hat sie nicht noch ne Auffällige Hose? Warte mal, schon noch Saboteur. Warte mal, ich will ja... Glaub ich dir auch nicht so genau. Äh, komm, mach mal mal Bindung raus. Mach mal Saboteur rein. Soll ich auch noch was Rotes anziehen? Ja, komm. Challenge dahin. Challenge dahin. Oh, ne rote Cap, Mensch. Das ist das auffälligste. Jan hat die rote Cap. Ja, das ist heller, das ist heller, hat er recht. Hat er nie auch noch die rote Hose? Soll ich auch noch was anziehen? Ja, ich hab nur die vier. Komm, jetzt zieh diese schöne Hose an wie ich hab. Wir haben mal Partnerlook. Wir haben mal eins zu eins Partnerlook. Jo. Alter. Okay, dann los. Dann los mal. Alter, wenn wir so allein kommen, ne. Wenn wir meinen dämlichen Stirn wagen. Wunderschön. Sehr schön. Machst du Yoga oder was? Naja, ich mein, sie ist halt die Spreuung von allen, ne. Wir hätten jetzt hier immer kein Killer. Wir sind zu hässlich und zu auffällig, kein Killer jetzt, ja. Wir wollen uns alle ließen. Ja. Ja. Die Heavy Assetter sagt schon, die kommen in keine Lobby mehr, so wie die gekleidet sind. Ach, bringt das wahr, jetzt kommst du hier nicht rein. Hm. Schöne Schuhe, nice. Danke. Echtes Krokodilleder. Oh. Oh. Er ist letzte Woche eingeflogen. Also das Krokodil habe ich dann selber geschnachtet. Natürlich. Auch auf Rale, ne. Ist Manu? Tschö, Manu. Wir finden keinen Killer. Manu, schade mal DVD und die Killerrunde. Echt mal. Ich erinnere mich noch damals, wo ich im Fenster saß und er mir vorbeigelaufen ist. Ich erinnere mich noch damals, als wäre es erst vor 5 Minuten gewesen, wie man den Killer hat. Ja, erst vor 5 Minuten. Auf Tequila. Hey. Na, da kommt Tequila. Ah, das ist eine gute Killer. Das ist eine gute Killer, ja. Der Killer wird zu einer für uns haben. Ich will aber keine gute Killer, ich will lieber schlechte Killer. Guck mal, da war ich schon bereit. Alter, diese Klamotten, ja. Ja, das ist wirklich cool, oh mein Gott. Echt mal. Du setzt deinen Gang aufs Spiel, ne? Ja. Wobei mir dann ganz egal ist. Das ist okay, die Erwundschaft dafür. Und dann hier noch auf Behandlungsbereich, genau. Mit den Klamotten. Oh, natürlich, Alter. Wer hat denn das gesetzt? Alter. Wie hört man dir, das ist ein Killer, der das Spiel erst mit dem Summer Sale geholt hat, 0 Stunden hat und jetzt voll einfach mitmussert. Also ey, das ist ja voll geil. Das ist voll einfach. Die sehen dann so gut. Ihr liefern dieses volle falsche Bild. Oh mein, ey, oh Gott. Ich bin gerade in seiner erste Runde, die er macht. Dann sind wir vier. Geil, geil wärs jetzt, wenn es aber so ein berühmter Twitch-Streamer jetzt grad live wäre und wir sind leider runtergekommen. Ja, genau. Hallo. Alter, das war zu geil. Hardstreet mal wieder DVD und wir haben sie als Killer. Mhm, genau. So. Das wär's jetzt, ey. Mit den Klamotten, Alter. Da bleiben wir in Erinnerung. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also den Stream schauen wir dann nochmal an. So lange leert, ist es Spannungsbereich. Überlebende können besuchen, sich erst im Griff des Killers zu wenden. Die Limpies einem Überlebenden bevor er ihn in der Killer festhalten kann, wird dieser kurz betäubt, sodass der über die Spannung steigen. Die Limpie, 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 die weiß noch nie weil er hat jemand über Ausgabe und der Abbruch die Erkennung der Welt oder die Prüfung ist er nimmt die Dorein der Leyen ich hab mir kein Bild für diese Kiste über ein Baum ich werde müssen auf die Gäste ja die Klinik Bacher Hallo Kinder ich verkehren die Beratung ist bei Jan auch das ist der Fallsteller Ne, der Kettensägen-Typ, sorry. Ne, Dr. Michael, ah ne, die Hexe. Ja, nein, das ist der Kettensägen-Typ. Oh, ein neuer Killer, eine Spinne. Treffen kann er aber auch nicht. Eine Spinne, die auch von oben angeht. Das wäre so cool. Das wäre so mies. Was wäre denn so mies? Ein Spinnenkiller, der auf Bäume klebt von oben angeht. Aber der soll dann auch nur von oben angeht. Oh, das ist Alma. Oh, das ist Alma. Die Schreierin, ne, die Mama-Schreierin. Ah, die alte Fette. Hallo Häkchen. Oh, hi. Der kommt rum, ne, by the way. Ja, hi. Was? Ey, du, tu mal was. Ich bin unerfällig. Ich bin unerfällig. Ich bin unerfällig. Der Ding ist auch, wenn wir los. Ich bin unerfällig. Und schön. Buddy, nein. Ach, du bist Hacke. Nein, Buddy. Was macht Buddy grad? Ja, auch mein Schrecktisch. Ach so. Buddy, geht's mir leid. Ich hab' so'n Schwanz im Gesicht. Ja, ich häng' leider sehr aufwendig. Ja, ich häng' doch schon. Wie liegst du da ruhig? Ich häng' doch schon. Ich hab' so'n Schwanz im Gesicht. Wie war's, als wir mal wieder herkommen? Buddy, bitte. Ey, Papa. Ahhhh. Ich hab' so'n gebacken. Ich hab' so'n gruschen Geräusch, was ist der da doch? Ich hab' so'n gebacken. Ich hab' so'n gruschen. Die Hilfe hat die ganze Zeit schon bei. Ja, guck' die ganze Zeit an und brenn' weiter. Ich hab'n Handycam, ich hab' den Katz auf meiner Hand. Ja, das schaffen wir hier nicht mal das Leben raus. Ne. Was für'n Camper, ey. Ey, ich war's hier. Ey, Spaßi. Tschööööö. Ich mach den Hafen einfach mal frei... ...ja, endlich, jaj. Ma'nd schon in halbem Handball. Komm, rette Jagd. Ja, ich versuch's. ich war jetzt nicht mal hey 2007 punkte colorado also erst rangs erst rang 15 er hat monströser schreien und alle ketten lege das war es aber auch nicht warum ich mich nicht in den keller bringen weil er hier bei mir ist ja ich glaube ich bin gerade ein bisschen rum wie man sieht oh wie geht es zu Ben ne ich glaube ich bin zu spät zu später Einsatz Ben beim nächsten Mal besser das blieb wir doch mal er soll mal sein Gesicht nicht so verziehen er hat schon keinen Namen von seinen Eltern bekommen weil er so letztlich ist das verzogene Kind heimig 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 er läuft jetzt gerade hier hinten rum aua aber ihr habt erstmal Ruhe da hinten ihr seid die richtige Helden das ist klar das ist so die heutige Generation die keine Ahnung hat er kommt zu euch pass auf er hat immer noch zu gerade maria grad gesehen ja ich bin hier ich habe leute die 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 hier der Böder der Söhne ab ja wenn du dich kommst du hast gegen die Liefen vor Ort und der Abitur eine Lärm das gleiche Fehler die haben voll auch gemacht das nur so schön einleitungsvolle Schauläu ist ja so gut in der Tat wo das ein Totemann noch mal steht Prozent vor dem Gerag hat er auch schon mal was bei der Marien die Städte und die sie über die Pizzerjugend vorliegen hier und das machen wer der V8 oder meines Marzen Pizzer auf die Wunsch und mit der Schüsse nur der V8 und Pizzer Roller es gibt doch bei Roller das war aber auch Prozent und da Prozent Prozent Werder bei dir oder die Welt er geht der Gedächtig das ist bei der Sport des Wortes ja und auf der Lüge Ach, was. Oh. Oh, so knapp. Fix den Bein mal. Nee, nee, da bin ich nicht. Wir wissen, was ich für ein Handicap hab. Nee. Standbild! Gell? Na, Heike, dann bist du wieder bei mir. Das ist Standbild die ganze Zeit, ne? Nein, der ist bei dir nicht. Der ist bei mir, alles gut. Na ja, dann sind wir wieder weg. Ich sieh's in der Kalter Rückenschau, wenn er in meine Nähe kommt. In deiner Nähe kommen. Hm. Und hier sind wir Buddy. Ich bin meiner Karte, weißt du das? Deiner Karte, du. Komm, 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 komm. Ja, das hast du. Ich würde hier erwarten, bis er da war. Ich möchte mit anderen Klamotten anziehen, sonst kann er so fahren. Der kommt, der kommt, der kommt. Ich bin die Luke. Oh, von da kam er. Ja, genau, da bin ich schon. Äh, Buddy? Sonst geht's dir gut, ja? Geh durch. Sein Bein über meinen linken, sein Kopf auf meiner rechten Arme. Krass. Hm, ich seh's. Ja, Buddy entspannt sich. Ey, Karte, was ist los mit dir? Die nehmen grad auf, das weißt du schon, ne? Ja. Was? Und du kackst hier so rein. Das interessiert bei den Feuchten. Oh, hab ich gesehen. Hallo. Hallo. Bitte mich, schaff's mir dienen. Komm her. Nein. Verpässt dich. No, Keller. Ich geh schon mal in den Keller. Voll die Idee. Hm, wo ist er jetzt? Verbring mich zur Luke. Das ist nicht die Luke, das ist nicht die Luke. Nee. Aber schon frei. Sie ist sicherlich geworden. So super wäre es gewesen, wenn er jetzt hochgeraten wäre. Genau. Das wäre so Ding gewesen. Danke. 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 Ja. lles Mal zu mal filmen. Hey, André. practiced night. Putnam. Danke. Bye 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 bye. Unserer. Ich denke mal auf! ной Easter, nicht! Highline, Padilla. En Brave times Street frenziegen Ja, ich hab mich in den End sind umgezogen. Ja, das mach ich auch gleich. Guck mal, der Good Game schreibt da auch. Der Colorado. Doch, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.